Mission 18 – Das Ende des Schweins Die Leute in der nächsten Grafschaft stehen aufgrund der gewaltigen Steuern, die ihnen das Schwein auferlegt hat, am Rande des Ruins und sind bereit, sich gegen ihn zu erheben. Es ist an der Zeit, den Tod Lord Wulsax zu rächen. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, hat sich das Blatt wahrlich gewendet. Ihr wurdet beauftragt, die letzte Grafschaft des Schweins zu unterwerfen, indem ihr sein Bollwerk belagert. Ihr habt diese Burg schon einmal belagert, aber da sie wieder aufgebaut wurde und dort eine ganze Garnison stationiert ist, ist die Herausforderung diesmal um einiges größer. Ein einfacher, direkter Angriff mit einem Sturmbock wie letztes Mal wird vermutlich nicht genügen. Errichtet einige Belagerungstürme, um die hohen Welle zu bezwingen. Oh nein, dass sie bisher nicht übersprungen hat. Jetzt müssen wir die nochmal machen. Scheiße! Oh Mann, ey. Da, das ist sie. Oh Mann, wir werden hier schon beschossen. Na toll, wir verlieren schon die erste Hälfte. Eine Botschaft des Schweins. Lauf weg, kleines Hündchen. So, okay, gucken wir mal. Ich hatte letztens hier das benutzt, das habt ihr nicht gesehen. Hier kann man eigentlich gut auf die Morden drauf, aber hier gibt es einfach jetzt zu viel Wasser. Da sind Mordlöcher überall. Da können wir auch nicht lang. Haben wir keine Flanke? Nein. Wir können hier nirgendwo hoch, ne? Was gibt's? Ne, da kommt man nicht hin. Alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen die Front. Oh, guck mal, jetzt kommen die hier hin, die Arschgeigen. Lass mal die erstmal alle angreifen. Ach, guck mal, wie viele da sogar kommen. Erstmal ausklingen lassen hier. Wir setzen unseren Marsch fort und haben eine weitere Grafschaft zurückerobt. Hervorragend. So, ich speichere jetzt mal ab. Das habe ich nie gemacht, weil sonst müssen wir jedes Mal diesen Angriff vom Neuen abwehren. So. Ähm. Ich glaube, uns bleibt nichts übrig, als diese Penner hier einzusetzen als Grabenausheber. Wenn die jetzt überhaupt packen, sobald wir den ersten Graben ausgehoben haben, können wir die Belangungstürme dran setzen. Und das hier können wir kaputt machen mit, äh, dem Rambock. Okay. Ist das ein Plan? Ich hoffe doch. Wir haben mehrere Wellen von, äh, Sperrträger, die wir einsetzen können. Wir haben hier ganz viele Keulenschwinger. Ja. Wenn wir die in die Burg bekommen, ist sowieso Ende. Bei dem ersten Angriff hat man nämlich nur so eine Handvoll. Das war schon ein bisschen Banane. Ja, mit denen kann nichts schief gehen eigentlich. Wie viele das sind. Alter. Und dann nur so eine Handvoll Bogenschützen. Alles klar. Brauche ich euch für nichts anderes, als das hier auszuheben. Mehrere Wellengrabenausheber, bitte. Oh. Shit. Oh. Okay, laden. Ähm. Na gut. Dann doch. Was wünsch ich? Frontal Power. Schon wieder ein Graben? Die können nicht graben. Wir können aber die Tunnelgräber benutzen. Was gibt's? Was für eine... Vielleicht sollte man die echt mal benutzen. Ja, hör. Immer rein in den Dreck. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Mein gutes Hemd. Was wünscht ihr? Immer rein in den Dreck. Allzeit bereit. Wirklich in den Graben? Womit kann ich die tun? Wie tief ist es? Ja, sehr gut. Ja, endlich. Womit. Womit. Was gibt's? Du elffundes Hemd. Ja, hör. Was für eine Schlappenschlag. Das sollte reichen. So. Den ganzen Weg? Muss das sein? Okay, okay, okay. Können wir jetzt zurückkommen? Dann hoffen wir mal, dass unsere Tunnelgräber was reißen können. Ach, sehr gut. Ist das nochmal ausgelöst worden? So, dann gucken wir mal. Mach das Burgtor platt. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Guck mal. Die Zugbrücke, unfassbar. So, dann müssen wir das Feuer hier drin auslösen. Guck mal, das ist sogar ein Scheiterhaufen. Ich glaube, da benutzen wir unsere... Ach, keine Ahnung. Wir gehen einfach rein. Vielleicht die Bogenschütze oder die Leiterträger. Die sind nämlich scheiße. Weil die Leiterträger kommen doch wahrscheinlich auch gar nicht an. 200, ey. 272. Wow. Ne, ne? Wir haben eine Lücke geschaffen, immerhin. Da können Leiterträger durchlaufen. Okay, dann... Erstangriffswelle. Angriff. Ein leichtes. Ne, ab euren Wunsch. Mit Vergnügen, Herr. Was hilft dir? Ihr könnt auf uns zählen. Türen, wohin gehen Kinder spielen. So, jetzt zündet die Scheiße da an. Los! Ja, sehr gut. Womit kann ich wingen? Was gibt's? Äh, äh, nenn einen mittleren Tümer, Peter. So. Jetzt lassen wir das alles ausbrennen. Ja. Aber... Hm. Sturmbot bereit. Wir müssen das so machen. Manchmal ist sie nur Muskelkraft. Oh, wie lange die laufen müssen hier. Hallo! Oh, wie lange die laufen müssen hier. Was will ich denn so gut wie Tog? Bleib nicht. Bewegt euch, Hunde. Was gibt... Ich schieße mich jetzt alle auf die Armbus schützen. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Bewegung, los! Belagerungstog bereit, Sire. Belagerungstog. Was hilft dir? Komm, ich muss nur mit denen da hochkommen, ey. Mehr nicht. Auf ins Getümmel. Wahrscheinlich nicht. Belagerungstog bereit. Ach, das geht. Ich kann durch die Lücke. Alter, ja dann. Was gibt's? Dann mal los. Hab ich noch irgendwas? Ach, guck mal. Ihr könnt auf uns zählen. Ich hab noch Idioten hier. Höh, geh, geh, geh. Ja, hör. Dann wieder vor das. Häh, hin. Nein, nein, nein. Ne, nein, 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 nein. Nur was grifft dir. Gewicht auf das Schwein. Geht doch. Ach, Gott sei Dank, ey. Meine Güte. Oh nein. Alle nach oben, schnell. Nicht verbrennen, nicht verbrennen. Wie er einfach seine eigenen Leute anzündet. Ja bitte, ein Kinderspiel. Komm schon, ja. Ja. Ach, Gott sei Dank. Ich hasse Belangerung. Geht doch. Jetzt, da das Schwein geschlachtet ist, steht euch lediglich der Wolf noch im Weg zum Sieg. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, teilt man euch mit, dass Sir Longarm zusammen mit dem König in eine weitere Grafschaft einmarschiert sind, um sie für sich zu beanspruchen. Die Schlinge um den Hals des Wolfs wird enger. Ist das Schwein jetzt weg? Ach, guck mal, das sind sogar zwei Grafschaften. Zack. Oh, jetzt für mich kriegt gegen den Wolf, der war nicht einmal da. Sehr gut. Okay, Leute. Aber das erst nächste Folge. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.